Wir sind jetzt hier an unserem Startort. Wir haben jetzt schon mal die Heliumflasche aus dem Auto geholt. Die werden wir jetzt gleich erstmal aufbauen. Und ja, hier oben wird jetzt gleich noch so ein Druckminderer drauf gebaut, damit wir das Helium auch abzapfen können. Ihr müsst dabei allerdings beachten, dass dieser Druckminderer hier unten komplett rausgedreht ist, damit ist dieses Ventil verschlossen und es kann nichts entweichen. Und anschließend, wenn das angeschraubt ist, könnt ihr dann hier oben die Flasche öffnen. Ja, ihr könnt ganz einfach testen, ob das wirklich Helium ist, was wir hier aus der Flasche ziehen. Helium. Ja, das hier ist jetzt unser Fallschirm. Wir befestigen jetzt hier unten ein etwas längeres Band dran, was zu unserer Sonde geht. Einfach aus dem Grund sollte der Fallschirm im Baum hängen bleiben, dass die Kiste dann bis unten weiter durchfällt. Nach oben hin werden wir gleich auch noch eine kürzere Schnur befestigen. Die geht dann Richtung Wetterballon. Das Befüllen des Ballons funktioniert folgendermaßen. Wir haben hier ein etwas größeres Ventil und da stecken wir gleich einfach unseren Heliumschlauch rein. Der Ballon fustet sich auf. Wir kümmern uns jetzt als nächstes erstmal um die Kamera und bauen die Box zusammen. So, die Kamera läuft jetzt. Jetzt bauen wir die Kamera in unsere Sonde ein und fixieren sie von hinten noch mit ein bisschen Tape. Wir kleben jetzt noch die Fugen so ein bisschen ab. Wichtig ist auch, dass wir bei dem Zutapen jetzt hier wirklich nicht schwarz, dass auch wirklich nichts aufgeht. Wir machen das auch immer ganz großzügig, meistens die ganze Box auch hinterher schwarz. Als nächstes pendeln wir jetzt unsere Sonde hier aus und das werden wir jetzt noch mit ein bisschen Tape fixieren. Unser Ballon, der hat eine Lastverteilungshaut und um Gewicht zu sparen, schneiden wir diese jetzt ganz einfach ab. So, wir ziehen jetzt den Schlauch hier raus und verschließen das Ventil damit der Kugel, die sich hier drin befindet, indem wir einfach an dem Band ziehen. So, hier seht ihr jetzt nochmal die Kugel, die sitzt jetzt hier drin. Ja, wir befestigen jetzt den Fallschirm an unserem Ballon. Am besten zwei Knoten mehr ran als zu wenig. Okay, dann lass den Kram mal hoch. Ganz vorsichtig aufrichten. Es ist ziemlich windstill, wie ihr seht. Der Ballon geht gerade nach oben. Ja, der Ballon ist jetzt circa eine Minute nur in der Luft und ihr könnt selber sehen, er ist schon extrem hoch. Er wird so circa mit 6-7 Meter pro Sekunde steigen und so knapp zwei Stunden braucht er auf der Reise zu circa 30.000 bis 35.000 Meter. Das ist richtig.